Hübris! Feuer einstellen! Ah, so ehrfürchtig und moralisch! Selbst jetzt! Ist es das, was du sagst? Dein Vater dachte immer, dass er auf alles eine Antwort hätte. Aber er hatte keine. Nur gerissene Wege, um zu töten. Der Hammer der Morgenröte. Er sind nun. Und jetzt dies. Seine Arroganz hat ihn schließlich umgebracht. Hübris! Steine Arroganz hat er Vielen Dank.